Hörst du uns jetzt? Hallo? Hörst du? Scheint doch wieder nichts zu hören, oder? Hallo? Hallo, jetzt hören wir dich. Ja, gut, jetzt hörst du ja wieder. Du warst gerade wieder kurz weg. Wo seid denn ihr? Wir sind im Garten und da warst du von unserer Seite aus gar nichts zu hören. Okay. Weil wir sind gerade an den Völkern. Ja, bitte. Auch wenn es ein bisschen schwieriger war mit unserem Netz. Ja, passiert. Passiert, ne? Ihr seid ja in Leipzig. Ja, das stimmt. Mit dem besten Netz unterwegs hier in Leipzig. Ne? Alles klar, dann... Dann freue ich mich, dass das Video euch zwei. Wir uns auch. Viel Spaß beim Inkommen noch. Danke, dir noch einen schönen Abend. Okay, tschüss. Tschau. Hier könnt ihr schauen. Schau, schau. Vorsichtig machen, nicht dass man die Königin Matsche macht. Das ist nicht so prickelnd. Das ist nicht so prickelnd. Das ist nicht so prickelnd. Aber ich bin noch viel zu groß. Siehst du das? Was ist nicht so prickelnd. Jetzt, tschüss. Jetzt warte, ich hab den Flügel hier noch nicht weggenommen. Der weckt aber dann schön. Geht es jetzt? Was hieß Dürfe? Mikro ist an? Ja, hast du mir angemacht. Und so gerade? Ja. Na dann. Oh, es blendet. Gut. Herzlich willkommen bei den Leipziger Stadt im Korn. Fang ich an? Fang ich an, ja. Nochmal. Herzlich willkommen. Nochmal. Ja ansonsten war es das vom Vorgeplänkel, ehe ich hier wieder warm werde. Fang wir doch lieber mal an. Irgendwas sumpsen die hier, oder? Ne, das sind noch ein paar Blüten, die hier noch aufgehen. Die sumpsen dann auch mal wieder die Wilden auf dem Fußboot rum. So, alles an. Ich hab hier so einen Stift drin. Dann machen wir das aber schon mal locker. Kannst du dann wieder herkommen, dann machen wir ja noch auf nach. Ja, ja. Machen wir mehr Spaß. Läuft. Bin ich schon scharf? Bin ich schon scharf? Jetzt bist du scharf. Jetzt liegen mich alle anderen hier. Du stehst im Weg. Ne, guck mal. Die setzen mich alle hierher mit den Fräumen und so. Weil die so schön gelb ist. Ich denke mir, du bist eine Blume. Machen können? Die Kamera ist da gerutscht. So, mach nochmal neu. Mach nochmal neu. Mach nochmal neu. Mach nochmal neu. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Rauch. Sind immer ganz interessiert hier die Bienen. Na, an hier Ort. Du weißt den im Weg wieder. Du stehst ja am Flug, Einflugbereit. Schöne Pollenwarbe. Warte nochmal neu. Warte nochmal. Warte. Stifteln. Zwei Stifteln. So. Dann kommt die Pollenwarbe. Schöner Gruß nach Bayern oder wo ist das nicht? Franken oder wo? Franken. Na Franken. So. Das schneiden wir uns dann aus. Nehmen wir mit zum Frühstück morgen. Reicht für ein halbes Brötchen. Und dann darf Steve ran. Der Steve. Der Steve. Der haben wir uns ja so gefreut hier. Dirk und so weiter und so fort. Nimmt Arbeit ab. Hm, wo ist er? Na ja, an dieser Stelle liebe Grüße. Aber hier wird es schon wieder weniger. Dirk und so weiter. Das ist ja gut bestimmt. Stifte. Ja. Keine Luchs, ne? Stifte. Adlaugensucht. Und Dingsbums hier. Futterkranz. Dingsbums, Futterkranz. Fahr was unter oder drauf? So, die Kamera läuft. Und ich hole den ran. So, der Stif hat den Raum gebracht. Hier irgendwie klettert es mir gerade jetzt. Ein Hefter irgendwo. Ja, unser magischer Hefter mit allen Infos zu unseren Völkern. Wenn jetzt Eintrag sein sollte, Nektar Eintrag, weil das Wetter mitspielt. Ins Klassenbruch. Aha. Ins Klassenbruch. Ja. Warte. Hast du mich drauf? Achso, warte. Herzlich willkommen, mein Name ist Steve Luhn. Heute befinden wir uns in der Sendung BienenVC. Im Angebot haben wir heute ein schönes Wirtschaftsvolk für Sie. Wenn Sie einen Blick reinwerfen möchten, bleiben Sie bitte dran. Titi. Oh, ein bisschen Spaß muss sein. Sag doch niemand was. Hätte ich vor allen Dingen gesagt müssen, mein Name ist Billy. Das wäre viel cooler gekommen. Naja, beim nächsten Mal. Stopp. Ich mach mal eine Nahaufnahme. Warte. Ich mach scharf, warte. Halt. 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 Naja. Jetzt erzähl nochmal. Steve meinte natürlich, wenn das in 14 Tagen geschlüpft ist. Weil 14 Tage ist es ja nicht verdickelt. Das stimmt, ja. Nebenan ist der Honigraben untergesetzt. Kann es losgehen, will die rutschen. Tudu. Tudu. Tschür. 40 Jahre, 40 Jahre, 40 Jahre. Alles an. Sit. So, jetzt habe ich die Weite mal weggenommen, da kann man das ja auch besser filmen. Wen hast du weggenommen? Die Weite. Ach so. Pollen ist noch matt. Schach. Schach matt. Schach matt. Also das Kü, äh, Entschuldigung. Das Volk mit Königin. Ihr seht, Dominik ist richtig gut im Königinfang. Ach, jetzt hat er schon wieder rausgeschmissen. Ja. Toll. Na ja. Ich mach mal hier eben drinnen. Bissl tschill tschill. Das machen wir drinnen. So, gut. Herzlich willkommen. Schön, wenn ich Uhr anfangen will mit Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei den Leipziger Stadtimkern. Herzlich willkommen. Machen wir das jetzt das erste Mal, oder was? Oh, Entschuldigung. So, und jetzt pack die Angel ein, es geht los. Alles. Alles. Das ist ja cool. Und vor allem, wo der Deckel noch hält. Der Deckel hält noch. Oh, mega. Was hast du dir schönes drin? Das ist die Späne, ha? Ja, schön. Bequem, ne? Hält sich das aus? Das werden wir sehen. Sonst wird's lustig. Grüßt euch im Gefreunde. Herzlich willkommen. Das war meine Begrüßung. Das war meine Begrüßung. Ich nicht. Gut, Entschuldigung. Grüßt euch im Gefreunde. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wollen wir das jetzt zusammen machen? Was? Herzlich willkommen bei denen, oder erst mal nur deinen, sondern unseres. Und ich sag, grüßt euch im Gefreunde und dann macht ihr euch. Gleich eurem. Finden wir an. Das können wir machen. So, versuchen wir mal frei. Jetzt hat's auch verdächtig geknackt. Jetzt hat's geknackt. So, und dann soll das eigentlich funktionieren. Wenn Dirk sich dann irgendwann mal vergreift und nimmt Essig-Essenz, dann seht ihr, wie er sich auflöst vor dem Bienenvölker. Genau. Ja. Wir fangen an. Daher kommen und so weiter. Oh. Der ist schwer. Den lassen wir mal so drin. Ja. Der Smoker. Der Smoker. Der Smoker. So. Ja, die haben ja schon... Jetzt hab ich sogar mal den drauf, der hinter der Kamera ist. Zwei Wochen reichen vollkommen zu. Ne, oben drauf. Gleich oben drauf. In der Reihenfolge. Achso, warte mal. Schau mal. Ne, du hast recht. Ähm, wie machen wir das? Ne, wir sortieren das ja nochmal. Wenn du es selber machst, weißt du, wie du es stellen musst. Ja. Denk dich jetzt mal rein. Wo hast du den ersten Raum hingestellt? Wo wir arbeiten. Ich hab mich nicht eingestellt. Ne. Am nächsten bisschen ab und weg. So, jetzt Frau Dominik. Dicke Arme. Steve, komm mal her. Nein, nein, nein. Wir können uns jetzt nicht blamieren hier vor der Kamera. Nein. Nein. So, jetzt ziehen, ne? Du guckst zu und lachst. Du bist ja gleich dran. Nein, du machst nix. Ich hab Probleme. Das war's wohl schon. Das war's schon. Genau. Das war's schon. Das war's wohl schon. Hand. So. Wir gucken mal unten rein. Da ist relativ... Da ist interessanter. Nicht relativ interessanter. Da ist interessanter. Da ist interessanter. Warte, ich probier euch scharf zu machen. Du versuchst die Zuschauer scharf zu machen. Hier unten seht ihr so langlaufen. Hallo. Der Nesse. Mal wieder. Hier ist schon bestiftet. Achso. So. Das war der. Und jetzt gehen wir nochmal in den unteren. Ihr wollt ja alles sehen. Wir auch. Und wir auch. Gut brät. Haha. Ist doch nicht für die Wurstherstellung. Und da ist dann bestimmt auch gestiftet hier. Hier ist Nektar. Nektar. Könnt ihr hier unten mal einen Blick reinwerfen. Kannst du sagen, den hat man getauscht. Der ist getauscht, aber der ist komplett leer hier. Hier oben. Hier hat sie dann schon ordentlich gestiftet auf der Mittelwand. Ja, man könnte auch sagen, es ist schon verdickelt, ne? Ja, das stimmt. Hahaha. Tidi. Hier seht ihr sogar die Larven, die weißen. Bestimmt. Hahaha. Ich spiele jetzt hier nicht dran rum. Den Brot ist die Kiste durch. Dein Fazit Schwarmstimmung. Nicht vorhanden. Zukunft. Was denn los? Sehst du die Folter? Nein. Der angestrengte Gesichtsausbruch. Von Die Bluen. Der ist aber auf Sack schwer. Ja. Gut. Greenpeace ruft an. Du hast den Thron am Arsch gestupst. Das ist eine nette. A. Ja. Bitte? A. Noch ein A. A netter. Wenn der Akku für die restlichen Reichszeiten dabei, wenn nicht, habe ich es vergessen aufzuladen. Viel Spaß. Bis gleich. So. Ihr seht. Ach, das Mikro ist es an. Ich habe das gefunden. Dort. Dort. Aber. Es ist schwül. Wir hatten da insgesamt Dreieck gekriegt. Drei. Nicht Dreie. Züm. Züm. Ach so, lang geworden. Ja. Ja.